Auch wieder in den letzten Wochen von viel Pech verfolgt, aber wir alle wissen, was wir an ihm haben und was er für den Verein auch in den letzten Jahren geleistet hat. Einer der ganz Großen auf diesem Planeten. Euer Applaus für Laura Feiersinger und Arjen Robben! Untertitelung des ZDF für funk, 2017